Ja, liebe Hundesportfreunde, ich bekomme immer mal Anfragen bezüglich Flyball-Zeitmessungen und Trainingssystemen. Ja, Flyball ist natürlich die schwierigste Sportart überhaupt in Sachen Hundesport, die man mit einer Zeitmessung bewältigen muss. Können wir mit der Premium-Line-Anlage aber auch hier mal in der Konfiguration links mit einer provisorischen Startampel, die den 4er-Count dort runterzählt. In der Mitte das Display für die Zeiten und rechts, beziehungsweise das Steuergerät natürlich komplett. Und rechts ein Bong-Drucker, die Anlage ist jetzt so eingestellt, dass sie nach 4 Durchläufen, 4 fehlerfreien Durchläufen quasi automatisch den Bong-Druck anstößt und alle Zeiten dort abgelesen werden können. Ich simuliere das jetzt mal mit Tastern oberhalb der Zeitmessung. Mal gucken, dass ich da jetzt nicht ins Bild greife. Und los geht's quasi mit dem Countdown. Wenn der abgelaufen ist, rennt der erste Hund rein. Der zweite Hund rennt rein. Der zweite Hund rennt raus. Der dritte Hund rennt rein. Der dritte Hund rennt raus. Der vierte Hund rennt rein. Und der vierte Hund rennt raus. Und automatisch wird hier der Bong-Druck angestoßen. Da kann man halt sehr gut erkennen, Countdown gestartet. Die erste Rundenzeit, die man sieht, ist die Zeitverzögerung. Die zweite Rundenzeit ist die Laufzeit des Hundes. Die dritte Rundenzeit ist die Wechselzeit. Die vierte Rundenzeit ist die Laufzeit des zweiten Hundes. Die fünfte Runde wieder die Wechselzeit. Die sechste Runde die Laufzeit des Hundes. Die siebte Runde die Wechselzeit wieder. Und die achte Runde ist die Laufzeit des Hundes. Danach wird automatisch gestoppt bei einer Zeit von 24,13 in diesem simulierten Fall. Und unten wird auch direkt die Zeit und die Bestzeit und die Durchschnittszeit, die in diesem Fall nicht so interessant ist, angezeigt, kann man einfach so einstellen. Ich simuliere in dem nächsten Video noch einmal einen Wechselfehler.